Mein Name ist Oksana Minich und ich bin Pflegedienstleitung im Wilhelm-Löhr-Haus. Trotz aller Belastungen in diesem Beruf kommt am Ende des Tages ganz viel zurück, wie Zuneigung von Seiten der Bewohner und Angehörigen. Und deswegen möchte ich ein Dankeschön aussprechen an die Pflegedankstiftung Winfried Windel. Ich finde das ganz toll, dass jemand von draußen an uns Pflegekräfte denkt, da wir ja sehr wenig von außen Anerkennung bekommen in diesem Beruf. Und deswegen freue ich mich auch auf den Sonntag. Vielen Dank, dass eben sowas veranstaltet wird. Ja, mein Name ist Winfried Windel. Ich bin seit 2005 Golfer. Seit 2011 bin ich Präsident hier gewesen bis 2019 im März. Im letzten Jahr habe ich die Pflegedankstiftung gegründet, weil mich das Thema persönlich sehr berührt. Und deswegen habe ich das Amt des Präsidenten abgelegt und konzentriere mich jetzt auf das Thema Pflegekräfte. Und im Rahmen dieser Stiftung, die ich damals gegründet habe, haben wir die eine oder andere Aktion. Und eine ist eben heute dieser Tag für die Pflegekräfte, um denen einen wunderschönen Tag zu gestalten. Ja, bei mir läuft es. Ich bin wirklich überrascht. Das heißt, Schluss mit Pflege jetzt, Karriere als Golferin? Nein, ich liebe meinen Beruf als Pflege. Vielleicht ist es Anfänger-Glug. Aber macht Spaß. Ja, macht wirklich, wirklich Spaß. Herrlich. Perfektes Wetter, viele lachende Gesichter. Was will man mehr? Wir haben ja heute viel Betreuung von unseren Mitgliedern. Von daher ist es kein Problem. Und Organisation ist alles und von daher bringen wir das hin. Vom kurzen Spiel bis zum langen Spiel. Wir haben am Ende so ein kleines Mini-Golf-Platz-Turnier. Und auf den Dreimerentier wird geballert, beitschlagen und so eine Mischung aus allem. Auf Wiedersehen.